Oh Mann, wir müssen jetzt langsam nach Hause. Ja, ich weiß. Über 82.367 von 64 Minuten eingesperrt. Oh Mann, das stimmt doch gar nicht. Nicht? Nein, natürlich nicht. Aber wir wissen, okay, hier unten sind die Zellen. Wenn wir da lang gehen, dann geht es ein Weg nach oben. Nein, ich seh hier gar nicht durch. Das ist für mich ein Riesenlabyrinth. Ja, das ist kein Riesenlabyrinth. Das ist ein Riesenlabyrinth. Okay, ein Riesenlabyrinth. Oh, warte mal. Okay, warte mal. Hier geht es nach oben. Wir gehen nach oben, ja? Daniel, ich glaube, wir können im Kreis laufen. Nein, 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 wir sind richtig. Da war der. Aber hier ist doch die Falle gewesen. Warte mal. Er ist weg, er sucht uns. Er ist weg. Warte mal. Du willst uns verstecken. Tschüss. Nein, 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 er sucht uns nicht. Er ist vielleicht abgehauen. Oder so, Daniel, aber wie sollen wir weiterkommen? Warte mal, hier war doch auch eine Tür. Hey, Vitamine, schau mal. Warte mal, wo bist du? Wir müssen echt probieren, durch jedes Bild zu springen. Das sind überall Geheimgänge. Jetzt kann ich mir endlich den Po abtrocknen. Wo bin ich denn hier? Äh, wo bist du denn? Vitamine? Warte mal, ich gehe erst mal runter. Lass uns erst mal in den Königssaal gehen, okay? Okay, aber wie kommen wir da rein? Oh, hier ist echt eine Toilette. Oh, Mann. Bäh, Vitamine. Okay, wir wissen, hier ist die Falle. Wir springen drüber, ja? Okay, eins, zwei, drei. Und los. Nein. Oh, Mann. Tschüss, Daniel. Ah, nein, nein, warte auf mich. Oh, mein Gott. Äh, Herr böser Königstron. Oh, ist der wirklich nicht mehr da oben? Nein, der ist hier nicht. Und du kannst herkommen, Daniel. Ja, ich komme ja schon. Hör böser Königstron an. Mann, ich bin so schlecht, ey. Ich rede mit den Göttern, Daniel. Vitamine, warte auf mich, ja? Nur nicht mit den Göttern reden ohne mich. Ich habe einen Geheimgang gefunden. Yippie. Oh, wie? Oh, ja, Daniel. Den zeige ich dir, wenn du endlich mal hier oben bist. Okay, warte mal. So, ich tricke jetzt die Falle aus. So. Und zack, fertig. Oh, ja. Und guck mal. Ich bin der König und Cis. Und weil ich hier oben saß, habe ich den Knopf gedrückt. Und dann gibt es ein Geheimgang. Aber egal. Nein, nicht egal. Wir müssen durch. Wir gehen jetzt nach Hause. Vitamine. Ey, warum denn? Bist du verrückt geworden? Oh, mein Gott. Ich habe einen Diamantreizag. Warte mal. Gib mir die Waffe mal kurz her. Hier, bitteschön. Okay, warte. Warte mal. Oh, mein Gott. Du hast recht. Das ist ja mega, mega cool. Oh, Mann. Oh, Mann. Und schau mal. Hier sind noch so eine Gläfe, ein Schwert und so. Oh, mein Gott. Wir können jetzt den Pennywise bekämpfen, Vitamine. Oh, ja. Deswegen, Daniel, würde ich sagen. Lass uns los machen. Okay, und so. Wo bist du? Warte mal. Wir nehmen einfach alle Schwerter mit, ja? Äh, können wir machen, Daniel. Hier ist noch ein Knopf. Warte mal. Wo bist du? Hier. Wo bist du denn? Hier. Und zack. Und zack. Knopf zu. Okay, wir müssen aber immer wieder zu machen, Daniel. Okay? Ja, und zack. Los. Okay, und los geht's. Okay, warte mal. Was ist hier? Hallo. Ein Wasser mit Spaghetti, Bolognese. Vitamine, ich glaube, wir sind falsch, oder? Nein, Daniel, wir sind doch nicht falsch. Oh, Mann, Vitamine, wir sind falsch, ey. Wir sind wieder im Kreis gelaufen, Daniel. Das ist nicht gut. Guck mal. Wo bist du denn? Moment mal. Ich kann mega coole Sachen machen. Warte mal. Wie machst du das denn? Wow. Okay, wir können echt Pennywise bekämpfen. Wow. Ich bin fast tot, Vitamine. Der ist ja fingerstark. Wow, aber dein Schrei war echt cool. Oh, yeah. Und? Aber, Daniel, wir laufen hier immer im Kreis, habe ich das Gefühl. Okay, warte mal. Hier, hier geht's weiter nach oben. Yippie. Vielleicht müssen wir da hin. Und los. Nein. Was ist denn das hier? Eine Falle, Daniel. Oh, mein Gott. Oh, Mann, oh, Mann. Wir müssen wieder nach oben gehen. Ey, der hat echt nicht mit den Fallen gespart, oder? Nein, auf jeden Fall. Der hat 10.000 Millionen, Trilliarden Fallen gebaut. Okay, so. Und hier die Falle austricksen. Und los. Vitamine, wo bist du? Ich bin hinter dir. Los geht's. Perfekt. So was machen. Und fassen. Und zack. Und zack. Yippie. Und wo sind die jetzt gekommen? Warte mal, hier ist ein Bild. Ein Bücherlabyrinth. Und? Hier geht's wieder nach oben. Oh, Gott. Ich weiß echt nicht, wo wir hinkommen. Oh, Vitamine. Hallo? Was ist das hier? Ich weiß es nicht, Daniel. Was ist das? Warte mal, hier geht's weiter. Wir sind im Königssaal. Moment mal, du hast recht. Oh, mein Gott. Hier hat der böse König, oder der liebe König, je nachdem, gegessen. Warte mal, hier ist noch ein Bild. Und rein da. Äh, okay. Und dann kommen wir doch... Moment mal, wo kommen wir? Das ist der... Nein, leg da rein. Das ist der Thron. Da warten wir schon. Oh, ich merke's. Okay, okay. So, warte mal. Was gibt's hier noch? Und ich seh schon. Hier ist eine versteckte Tür oder so. Warte mal. Da kann man doch sicherlich drauf springen. Yippie. Ich bin drauf. Wow, guck mal. Hier ist noch ein Knopf. Okay, geh da durch, Daniel. Und ich bin... Wo bin ich hier? Aber ich glaube, wir kommen hier wieder noch runter. Oh, ich seh die Stadt, Vitamine. Warte mal, das heißt, wir sind fast raus. Und hier ist der Knopf. Und jipp. Moment mal, wir sind wieder. Oh, nein. Vitamine, schaut das mal an. Eine... Oh, mein Gott. Nee, wir gehen wieder zu unten, zu den Zellen dahinten. Oh, ja, du hast recht. Wir sind falsch. Und, okay. Wir gehen jetzt geradeaus nach oben, ja? Oh, ja. Los geht's. Wo bist du denn überhaupt? Ich lauf hier hoch. Okay, los. Nicht runterfallen. Okay, los geht's. Nur noch nach oben. So, okay. Dann gehen wir mal hier lang, ja? Okay, immer höher. Wir müssen immer... Moment mal, hier geht's nach oben. Okay, los geht's. Okay. Oh, mein Gott. Guck dir mal die Burg von oben an. Wie groß die ist. Warte mal. Und... Wow. Und da vorne ist unsere Stadt. Oh, ja. Wollen wir ausbrechen? Oh, ja. Auf jeden Fall. Aber, was ich viel lieber will und was die Freunde von uns auch wollen, dass wir den Pennywise bekämpfen. Okay, los geht's. Wo ist der? Oh, Mann. Ich weiß es nicht. Warte mal. Pennywise. Moment mal, hier ist eine Truhe, aber... Hey, jetzt komm ich nach draußen. Ah! Vitamine! Ich bin in den Thron gefallen. Oh, Mann. Komm wieder hoch. Okay. Bis gleich. Mann, ich bin so dumm, ey. Oh, mein Gott. Warte, hier geht's nach oben. Okay, los geht's. Okay, so, warte mal. Aber da war ein Bild, da konnten wir durchgehen. Weiß, Daniel. Ich glaube, das sollten wir nehmen und vielleicht kommen wir dann zum bösen Pennywise. Ich hoffe es doch, Vitamine. So, und... So, Falle. Kommen wir irgendwie nicht durch, ey. Hey, hier ist die Tür. Warte mal. Rein hier. Und so können wir die Falle austricksen. Oh, hier. So. Oh, mein Gott, Daniel. Das ist das Buch vom Killer. Warte mal, hier geht's noch höher. Da stehen unsere Narben noch auf, Vitamine. Daniel, komm hoch oben. Oh, oh. Das sind die Messer vom Pennywise. Da steht er. Daniel, ich traue mich nicht an, ihr anzugucken. Oh, Gott, oh, Gott. Er hat uns erwartet, Vitamine. Ich glaube... Was sollen wir machen? Wir müssen ihn besiegen. Wir haben keine andere Chance, Daniel. Wir müssen ihn umschnetzen. Hey, nicht mich töten. Aber wir müssen ihn jetzt umschnetzen. Okay, bist du da ganz sicher? Ja, Daniel, wir müssen es machen. Es tut mir so leid. Aber egal. Wir haben keine andere Wahl jetzt. Okay, Freunde. Dafür müsst ihr auf jeden Fall ein Like geben, damit wir eure Power bekommen. Und jetzt gebt auf jeden Fall ein Like. Genau jetzt, Freunde. Okay, Vitamine. Vielleicht sterben wir, ja? Also meine letzte Frage. Willst du das wirklich machen? Ja, Daniel, wir müssen es machen für unsere Nachbarschaft. Oh, ja. Okay. Dann würde ich sagen, bist du bereit? Oh, yeah. Los geht's. Okay. Und los. Ja, Daniel. Wo hat er das Eisenschwert her? Ich weiß es nicht. Das ist ein kleiner Cheater. Oh, Mann, oh, Mann. Warte mal. Wir müssen mit dem Ping-Pong spielen. Oh, Mann. Hörst du seine böse Lache, ey? Ja, ich höre das. Seine böse Lache macht mir Angst sogar. Oh, ja. Warte mal. Sollen wir ihn runterschubsen? Ja, das musst du entscheiden, Daniel. Okay, warte mal. Wir müssen ihn erst mal so ein bisschen attackieren. Und los, Vitamine. Ich mache eine coole Blase und feuere ihn auf die. Nein, daneben. Oh, Vitamine, ich bin fast tot. Warte, ich helfe dir. Und die Blase. Und weg mit dir. Warte mal, kann ich deine Angst blockieren? Ein bisschen. Womit mal? Ich treffe ihn nicht einmal, ey. Ich bin fast tot. Yippie, einmal gebrochen. Okay, so. Oh, mein Gott. Ich habe anderthalb Herzen, ey. Oh, Gott, oh, Gott. Attacke. So, okay. Wir schubsen ihn runter, okay? Okay, los geht's. Und zack. Dein mit dir. Boah. Er lebt. Moment, aber wir müssen auch runter. Oh, ja, aber wie denn? Wir können doch nicht runterspringen. Und ding. Und ding. Oh, mein Gott. Fast gestorben, ey. Okay. Komm runter. Ding, ding, ding. Und weg mit dir. Ja, wir müssen ihn in den See schubsen. Oh, ja. Aber, Daniel, wenn der tot ist, dann werden wir erst mal ein Picknick essen. Auf jeden Fall, ey. Aber wir müssen ihn erst mal besiegen. Jetzt echt viel Leben. Ist er unbesiegbar? Das könnte auch sein. Oh, Mann, oh, Mann. Warte mal. Wir sperren ihn ein, okay? Warte mal. Wir müssen ihn einsperren. Wirklich. Aber nein, Daniel. Das bringt nichts. Oh, doch. Glaub mir. Und Vitamine jetzt. Moment mal. Das klappt nicht. Doch. Wir haben es geschafft. Wir haben Pennywise im Popo-Gefängnis gefangen. Oh, ja. Los geht's. Oh, ja. Autschi. Und warte mal, damit er für ein und alle mal weg ist. Und was sind deine letzten Worte? Vitamine? Ja. Ich glaube, wir sollten verschwinden. Weg von hier. Los geht's. Wir können. Da vorne ist schon unsere Stadt, ey. Nach Hause. Oh, ja. Freunde, ich würde sagen, lass für dieses Abenteuer auf jeden Fall ein Like da. Und schau mal, wie groß das Schloss ist. Oh, mein Gott. Viel zu groß. Oh, ja. Das kannst du laut sagen. Und dass wir das überlebt haben, ey. Wir können ja nochmal drin Verstecken spielen oder so, wenn du willst. Glaub ich, das ist keine gute Idee, oder? Naja, ich weiß ja nicht. Aber Freunde, lass auf jeden Fall ein Like da. Abonnieren und Glock aktivieren. Nicht vergessen. Und ja, schaut euch auf jeden Fall bei Vitamine vorbei. Da haben wir coole Videos gemacht. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video wieder. Und tschüss. 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 Tschüss.